Das war eine echt kacke Mission. Wir müssen sie jetzt leider die Hölle schieben. Sie werden mit weniger Einheiten und einer MCU mitten im Kampfgebiet abgesetzt. Es geht leider nicht anders. Der Feind hat irgendwie im Norden ein neues Forschungszentrum, das an atomaren Waffen forschen soll, aufgebaut. Soweit wir erfahren konnten, befindet sich für Testzwecke auch ein ballistisches Kontrollzentrum in der Nähe des Forschungszentrums. Halten Sie sich nicht lange mit den Truppenwart des Gegners auf, das könnte später auch andere erledigen. Zerstören Sie nur so schnell wie möglich diese beiden Ziele. Ja, okay. Das ist gut, das kriegen wir hin. Die hier verstecken wir jetzt erstmal mal. Ich kann ja nicht mehr da oben hin. Jeder sieht nach... Ziemlich doof aus. Wie schön, dass sie direkt als erstes angreifen. Dieses Kraftfeld ist gut hingestellt worden. Dann brauchen wir jetzt das Forschungszentrum und ich sollte die meisten wieder aufklappen. Ich finde das interessant, dass ich hier ein... Ähm... ...Kindster zur Verfügung habe, was ich gar nicht habe. Okay, er fährt mit seinem... ...Wand hast du hier durch? Das ist ja interessant. Und dann brauche ich als nächstes eine Raffinellerie. Und ich muss wissen, wo ich beides aufstellen kann. War nicht. Da fahren gegnische Einheiten durch, okay. Das sieht nicht aus, als wenn ich da Spaß haben wollen würde. Ziel gespeichert. Okay, da kommt er wieder mit seinem Mann. Okay, okay. Okay. Ziel gespeichert. Okay. Ziel gespeichert. Zum Teufel kann ich dem nie hinstellen. Okay. 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 Ziel gespeichert. Okay. Ziel gespeichert. Okay. Ziel gespeichert. Ziel gespeichert. Okay. Ich mach mal den Liebeses Krieges auswählen. Vielleicht sehe ich es dann ja. Ziel gespeichert. Okay. Was ist das hier? Okay. Okay. Er hat die Bitte hier. Ziel gespeichert. Oh. Entschuldigung. Okay. Ziel gespeichert. Okay. Ziel gespeichert. Auf jeden Fall. Habe ich noch Fußdrucken? Würde ich das Ganze natürlich gerne übernehmen. Bereit. 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 Vielleicht auch nicht. Bereit. Ziel gespeichert. Herr Hörte bitte hier. Herr Hörte bitte hier. Okay. Ähm. Das könnte jetzt knapp werden. zu der Mangelung an Defensivtruppen. Oder sowas. Geht das jetzt gleich ein, ist zu einem Geschaffen. Aber ja, hier wäre wahrscheinlich die beste Lage für eine Minute gewesen. Ich könnte hier aber keine hinbauen. Das heißt, ich muss zwingend die da oben übernehmen. Und ich muss die Mission durchstarten. Neu Start. Das heißt, wir werden als erstes hier hofscouten. Hat er seine Mine da schon gebaut? Nein. Wir stoppen hier alle und fahren da oben. Okay. Ziel gespeichert. Ziel gespeichert. Okay. Ziel gespeichert. Ziel gespeichert. Herr Warte bitte hin. Die stellen wir da drüben hin. Ich würde auch gerne Sachen angreifen, das wäre als allerliebst. Da kommt seine Mine. Herr Warte bitte hin, oder? Schützpunkt wird angegriffen. Schützpunkt wird angegriffen. Ah, mach die Mine wirklich kaputt. Okay, mach die Mine doch kaputt. Jetzt kann ich sie nämlich nicht mehr erobern. Ich habe keine Unbewegung mehr. Ich habe keine Unbewegung mehr. Ich brauche die Fury. Produktion abgeschlossen. Und ich brauche die Mine. Produktion abgeschlossen. Ich habe hier unten noch. Produktion abgeschlossen. Ach, hier unten hat er die Skript. Es gibt eine Truppe gelandet. Ich habe hier unten noch. Produktion abgeschlossen. Ähm, dann brauche ich ein Forschungssektor. Und ich brauche die Verteidigungsruppe. Und das war's. Der Trupp hier. Das ist das große Problem. Das ist echt nicht einfach. Schützpunkt wird angegriffen. Schützpunkt wird angegriffen. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh, nice. Sehr nice. Einheiten. Viele Einheiten. Und hier unten ist ein Minenslot. Okay, aber die Mission ist trotzdem verloren. Deswegen war ich die Steuerung. Spielende Neustart. Wie war das? Was? Unterstützung genehmigt. R. Okay. Bereit bestätigt. Manchmal hat es vielleicht doch was Gutes, wenn man ausversehen, wie die falsche Taste erlischt. Produktion begonnen. Gerade habe ich mich ausversehen, wie er das Ding gespielt hat. Position abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Bereit. Bereit. Ja, warte bitte. Den müsste ich doch da eben los. Spaß haben können. Okay. Ich glaube, wir müssen das auch wieder machen, dass wir alle dich eskortieren. Das wir den eskortieren hat nicht sehr gut funktioniert, aber, äh, vielleicht hat das auch wieder nicht funktioniert. Okay. Tötet den... Die Eilheit, bitte? Sie haben gespeichert. Der Eilheit, Sie haben gespeichert. Der Eilheit, Sie haben gespeichert. Der Eilheit, Sie haben gespeichert. Bereit begonnen. Bereit. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich muss die Hoffnung wahrscheinlich hier stellen. Okay. Hab das da? Aber ich weiß es nicht. Die dürfte ich auch gerne bitte gehen. Danke. So, ich stelle nicht mal dahin. Ja. Ich muss die Hoffnung hier wohl darstellen. Ich muss die Hoffnung hier wohl darstellen. Ja. Ja. Ich muss die Hoffnung hier wohl darstellen. Ja. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Okay. So, dann brauchen wir neue Eilheit. Produktion begonnen. Okay. Ich weiß, da oben haben wir noch Gebiete, die wir... mal... ...definanzieren können. So. Du musst mal dieses Stückchen da wegbomben. Ja. 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 Okay. Das heißt Wir fangen anЭckne zweites Räume zu bauen. Ja. Wir müssen jetzt noch eine zweite Räume bauen. Die müssen jetzt in Ruhe forschen, die Miele kommt da hoch, noch eine zweite Raffinerie, die stellen sie da oben irgendwo hin. Produktion begonnen. Ach, diesmal war auch keine... keine seltsame Hakusen, weil wir ein bisschen sein. Da forscht du noch irgendwas? Fliegen. Okay. Fliegen ist okay. Ich hoffe, das Ding wird nicht sofort wickelt werden. Was natürlich theoretisch passieren kann. Ja, vorschneller. Rein theoretisch könnte man hier noch in die Biene für ein bisschen was hinstellen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich glaube, das ist wirklich sogar. Produktion abgeschlossen. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Das war auch bei der 2. Produktion abgeschlossen. So. Irgendwo wurden wir gerade auch geschlossen, oder? Wir haben hier noch in die Biene für ein bisschen was hinstellen. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Heute können wir nicht. Schließlich ist das da angegriffen. Du kannst wieder was da drauf. angegriffen so kann ich jetzt hierhin hilft mir nicht sehr viel ok dann kommt ihr hierhin ha erwischt dann hätte ich gerne dich zwei stück davon das heißt wir kriegen auf die schweren flieger reinkommen und die beiden flieger tun jetzt diese raffinerie versorgen hier brauche ich nicht mehr können wir dann ja wir können das ist sehr gut und bauen wir uns mal bei pass weiter dann gehen wir da hin leider kann der shadow keine gebäude haben aber das ist man kann nicht alles haben jetzt drücke ich nochmal ganz kurz ob da irgendwo noch eine nein keine anderen ressourcen verfügbar produktion abgeschlossen produktion abgeschlossen produktion abgeschlossen Ich glaube, ich suche mir jetzt erstmal die Truppe aus, wo die ganzen blöden Flieger sind. Die würde ich gerne erst erledigt haben. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einen Shadow haben, heißt das, dass die anderen auch einen Minenläger haben, denke ich. Das wird dann auch nicht sehr ungespannend. So, viel Spaß da haben. Oh ja. Ich sollte natürlich wieder eskortieren. Was ihr auch immerhin auskortieren versteht, die Einheit ist hier vorne. Offensichtlich sind sie überfordert. Produktion abgeschlossen. Okay. Produktion abgeschlossen. Produktion begonnen. Okay. Produktion abgeschlossen. Das ist schon ein Vorsprung zu sein. Okay. Produktion abgeschlossen. Ja, hier könnt ihr doch Spaß haben. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ja, mit Desportieren ist das viel effektiver. Ja.